Sag mal bitte Saint-Germain. Das ist Frau Matthäus im Mandarin Oriental. Sie ist auf der Suche nach der Hütte. Was haben Sie denn heute an, Frau Matthäus? Dior Couture. Hier, film mich mal. Hi, this is Samuel Sohebi. I'm the stylist you may know from Tuff. Hello. And maybe you know me from RTL. Explosive. I want you to know where I'm going. I'm up here, not on boobies. We're going to go up to the Hütte. Come on, Mitt. Okay, we follow you. Oh, sind die Flaschen vor? Nein, leider nicht. Oh, mein Gott. I don't know if you're going to comment. Das wird das geilste Video auf YouTube. Frau Matthäus versucht, den Pimki-Kleid die Treppen hochzusteigen. Bitte, excusez-moi. Gariano would be very smart. Thank you very much. Amen. Vielen Dank.